Ah, 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 klasse, meine Zunge, oder? Damit fällt's mir viel leichter, leckere Häppchen wie euch zu verputzen. Kommt her, meine Leckerchen! Oh, oh, werden es Mario und Mello schaffen, diesen Hund zu stoppen? Katztastisch begrüß ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario RPG hier auf Katze. Wir sind gerade im Quarquädukt oder so ähnlich und sind auf dem Weg zu Opa. Also, damit meine ich den Opa von Mello, der heißt aktuell einfach nur Opa. Und dazu müssen wir aber erst einmal die richtigen Röhren finden. Hier in dieser Kanalisation, in dem Brunnen, in dem Aquaduct, wie auch immer oder was auch immer das hier sein mag. Vorsicht, überall Buchus! Doch Mario und sein Team, genauer gesagt Mario und Mello, das sind die einzigen aktuell im Team, die sind stark genug. Jetzt gibt's ein Blitzgewitter! Und das ist gegenüber den Buchus gar nicht so stark, habe ich so das Gefühl. Wow, was kommt jetzt? Energiebälle! Also, die Gegner besitzen hier Kräfte, die man in keinem anderen Mario-Spiel kennenlernt. Zum Beispiel Energiebälle oder Blitze von Buchus? Seit wann gibt's denn sowas? Okay, jetzt noch einmal, zack und bumm und geschafft! Vierer-Kombo! Ja, das ist das Beste. Oh, Chance auf doppelte Münzen! Verdoppeln oder alles verlieren. Das ist also dieses Spiel hier. Okay, Achtung, Achtung, ganz rechts ist es. Das war nicht sonderlich schwer. Yoshi gefunden! Münzen verdoppelt. Und es waren aber nur zwei weitere Münzen. Ein Stern! Das brauch ich für die Mäuse hier. Lalalalalalalalalalalalalala. Das war's? Mehr kommt hier nicht? Okay, also so effizient oder so effektiv konnte ich den Stern jetzt gar nicht einsetzen, hatte ich so das Gefühl. Nun gut, ist ja auch nicht so wichtig. Die Truhe ist zurück. Habe ich die nicht schon geöffnet? Ah, ich bin mir da etwas unschlüssig. Oder sind wir jetzt irgendwo anders gelandet? Ich dachte, dass ich bis dato hier noch mehr oder weniger im Kreis laufe, weil ich noch nicht die richtige Röhre gefunden habe. Und dieser Giftzahn von diesem Ratini war ziemlich fies. Der arme Mario. Da bräuchten wir jetzt den Gegengiftring, den ich ebenfalls habe. Dieses Amulett. Und das sieht man schon an der Hand der Kleinigkeiten, was man einsetzen sollte und was nicht. Okay, 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 okay. Da sind jetzt plötzlich Münzen drin. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das die Röhre oder die Kiste besser gesagt ist, die wir schon geöffnet haben. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, doch, doch, natürlich. Okay, 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 also wir laufen oder schwimmen hier buchstäblich aktuell im Kreis. Wenn das die falsche Röhre war. Wisst ihr was? Dann müssen wir eine andere Röhre ausprobieren. Ich gehe jetzt mal nochmal zu dieser Röhre hier. Die da oben führt mich zurück. Und hier komme ich zu dieser Röhre. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ah, Maus! Und ein moderiger Mensch. Der ist modrig. Was ist mit der Maus passiert? Ist die abgehauen? So, Moderling. So heißt er. Nicht moderiger. Volle KP. Sehr gut. Gut, sowas ist immer brauchbar, wenn die Kraftpunkte wieder aufgefüllt werden. Okay, Kristallwasser erhalten. Und dann setzen wir mal das Blumenset ein. Habt ihr gesehen unten? Ich habe jetzt nicht nur meine Blumenpunkte wieder aufgefüllt, sondern auch erhöht. Denkt also daran, falls ihr das Spiel selbst spielt, die X-Taste zu drücken und zu gucken, ob ihr Blumenkapseln oder Blumensets habt. Und setzt sie unbedingt ein. Die ist nicht verschwendet. Setzt sie ein, denn das erhöht langfristig, also konstant, für immer, eure Blumenpunkte, die ihr dann im Kampf einsetzen könnt. Uah! Das war knapp. Knappe Kiste mit den Mäusen hier. Okidoki. Dann geht es jetzt hier durch die Röhre. Übrigens, für alle, die das vielleicht nicht wissen, ich habe es, glaube ich, auch noch nie erzählt. Ich spiele dieses Spiel zum ersten Mal. Jetzt mögen manche von euch sagen, hä, Thomas, also, das gilt doch jedem oder das ist doch bei jedem so. Jeder spielt das Spiel zum ersten Mal. Das kam ja erst jetzt für die Switch raus. Aber, die, die schon etwas älter sind, wissen, das ist ein Remake. Ein Spiel, das optisch, grafisch aufgehübscht wurde. Das gab es schon mal auf dem Super Nintendo. Allerdings nur in Japan und Nordamerika. kamen also nie in Deutschland raus. Deswegen, ähm, ja, habe ich es auch nie gespielt. Tatsächlich nie. Ich hole das jetzt sozusagen nach, durch die Switch-Version. Und natürlich kann es sein, für alle, die das Spiel besser kennen als ich, dass ich so einiges verpasst habe. Deshalb wurde ich auch schon in den Kommentaren von euch darauf hingewiesen. Also, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Macht das unbedingt weiter. Weil, das ist ja kein Spoiler. Ihr habt mich nur darauf hingewiesen, dass ich hier und da was verpasst habe. Und auch, dass ich zum Beispiel gewisse Sachen gar nicht mehr nachholen kann. Weil ich die einmal und somit auch für immer verpasst habe. Ja, das sind zwar keine wichtigen Sachen, die relevant sind für diese Geschichte, die hier erzählt wird. Aber, das wollte ich mal gesagt haben. Also, ich gebe mein Bestes, sehr gründlich zu sein bei der Erkundung. Aber es mag mir natürlich nicht immer alles so gelingen. Okay, geschafft. Den Moderling haben wir ebenfalls besiegt. Und dann geht es jetzt mal hier durch die Röhre. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht genommen. Ja! Die war richtig! So kommen wir zu diesem grünen Schalter. Mal sehen, was jetzt passiert. Du hörst sehr viel Wasser ablaufen. Mhm. Ich weiß auch schon, was das zu bedeuten hat. Erst einmal besiegen wir diese lustige Truppe. Und beginnen mit dem Schatten. Ja, der wäre schon mal Geschichte. Und Mario hat jetzt mehr Glück. Dieser Glückspilz. Abwehr erhöht. Bitte greif. Was ist das? Er singt ein Lied für uns. Oh, Mello ist jetzt nachdenklich. Och, Mello, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das fällt mir erst jetzt ein. Erst immer Hausaufgaben machen. Und dann hat man Zeit für Spiele, fürs Rausgehen und so weiter und so fort. Wisst ihr auch alle, liebe Katzenfreunde. Nicht wahr? Wenn man von der Schule kommt. Ja, erst mal was essen. Und dann erst mal Hausaufgaben erledigen. Erst mal die Hausies machen. Also an alle, die noch zur Schule gehen. Erst Hausaufgaben machen. Mein Tipp an euch. Muss jeder für sich wissen. Ich habe das so gemacht. Erst Hausaufgaben machen. Und dann, wenn das erledigt ist, könnt ihr in Ruhe Nintendo Switch spielen. Ihr könnt Videos angucken. Vor allem aber, und noch wichtiger, ihr könnt rausgehen. Macht das unbedingt. Nach draußen gehen, Fahrrad fahren, Fußball spielen. Ähm, reiten, tanzen, was auch immer. Weil ihr dann gar nicht mehr im Kopf haben müsst. Ach, Schreck. Ich muss ja noch Hausaufgaben machen. Und das begleitet euch sonst den ganzen Tag. Deswegen nach der Schule Hausaufgaben machen. Und dann habt ihr Zeit. Für Freizeit. Super wichtig. Okay, aber jetzt wieder. Zurück ins Spiel. Schatten und Buru. Ihr sollt Geschichte sein. Euch werde ich zusammen mit Mellow besiegen. Wenn es mir denn gelingt. Oh, fiese Sache. Ich glaube, so langsam sollte ich mal die Tothilfe zunutze machen. Denn wir haben 100%. Chaudi, wir brauchen deine Unterstützung. Mit deinem gelben Pilz. Was auch immer der bringt. Ein Pepp-Pilz. Der peppt Mario auf. Erhöht sogar den Angriff. Das ist ziemlich praktisch. Vielleicht reicht das aus, um den starken Feind zu besiegen. Sehr gut geschützt. Ah. Boah, das war ein fieser und starker Angriff. So. Ich dachte, mein Angriff wurde erhöht. So stark war das jetzt nicht. Nein. Ich habe mich verklickt. Ich wollte diesen KP-Ring auf Mellow einsetzen. Habe es stattdessen auf Mario eingesetzt, der bereits volle Kraftpunkte hat. Also, kurz gesagt, das war leider, leider unnötig. So. Jetzt aber besiegt beide. Wunderbar. Ich muss Mellow jetzt auf jeden Fall besiegen. Äh, besiegen, entschuldigt. Ich meine, ihn auffüllen. Seine Kraftpunkte wieder auffüllen. So. Speichern. Hier am Quarkverdukt. Und dann geht es jetzt durch den... Nein. Durch die nächste Röhre wollte ich sagen, ich bin abgestürzt. Was für ein Fauxpas. Tja. Teppichtörtchen. Sowas passiert. Alles gut. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Durch diese untere Röhre. Und schon sind wir wieder hier. Nein. Nicht nochmal speichern. Jetzt laufe ich hier rüber und wieder durch die Röhre. Boah, wer bist du denn? Ein Hund. Hallo, Hundi. Schau nur, das muss dieses Bellum sein. Komisches Ding. Und was für eine lange Zunge das hat. Hm. Hey, du da. Hm. Oh, oh, oh. Klasse, meine Zunge, oder? Damit fällt es mir viel leichter, leckere Häppchen wie euch zu verputzen. Hahaha. Wow. Ah. Okay, der ist schon gefährlich. Warum hat er vier Augen? Sieht er so dann besser? Ich weiß ja nicht. Zeit für einen Supersprung. Oh, da kann man mehrere Treffer landen. Aber das ist eine schwierige Timing-Geschichte. Und Blitzgewitter. Anfällig. Oh. Leckere Häppchen. Frei Haus. Man reiche mir mein Lätzchen. Hey, schlägt Mellow nicht ab. So, Zeit für einen Feuerball. Vielleicht ist dieser Angriff sogar noch stärker. Ja, der ist okay. So, Blitzgewitter. Wir nutzen natürlich all unsere Angriffe, unsere stärksten Angriffe, um Bellow möglichst schnell zu besiegen. Auch der normale Angriff von Mario mit Bills Hammer scheint stark zu sein. Der Körper aus Holz. Der Kopf voller Stroh. Ich mach dich zur Scheuche. Oh, oh, oh. Wow, der hat Mundgeruch. Oh, eklig. Hast du dir nicht die Zähne geputzt? Morgens und abends. Mindestens. Widerlich. Wow. Weiß doch jeder, dass man sich die Zähne putzen soll. Das macht jeder, nur du nicht, was? Ich halte es nicht mehr aus. Dieser Hunger. Dieser schreckliche Hunger. Was? Hey, du hast einfach Mellow aufgegessen. Lass ihn in Ruhe. Lass meinen Freund raus. Noch wurde er nicht verdaut. Wir können ihn noch retten. Zeit für einen Sprung. Oh, der war gut. Ich hab bewusst den Sprung gewählt, weil ich den anhand der Blütenpunkte noch mal nutzen kann. Und vorher aber vielleicht doch noch ein normaler Angriff? Nee, reicht immer noch nicht aus. Denkt, ihr habt gewonnen, wie? Aber Pustekuchen. Ohne mich ist hier Land unter. Hoffe, ihr könnt schwimmen. Das war ganz schön unheimlich. Wir haben ihn doch besiegt. Oder nicht? Keine Ahnung. Er ist zumindest verschwunden. Und wir machen ein Level Up mit Mario. Mario auf Level 7. Wir erhöhen... Ja, Kraftpunkte lohnt sich da am meisten. Okay. Und jetzt öffnet sich das Tor. Schwimmen? Der lügt doch ganz klar. Wenn hier Wasser wäre, würde man doch sicher was Lautes hören. Äh, Mario? Das ist was Lautes, oder? Klingt ja fast wie... Oh, oh. Wasser! Die Flut kommt! Schnell! Auf den Schalter! Ehe sie uns mitreißt! Schnell! Okay. Oh, Entschuldigung. Komm, komm. Runter, 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 runter. Nein! Mellow, nein! Wow! Oh, oh. Das sieht nicht gut für uns aus. Jetzt werden wir da rausgespült. Hahaha! Woher kommst du denn jetzt? Dies ist der Fluss Krösus. Hoffe, du bist bereit für eine Wasserfahrt. Eine Anleitung gefällig? Äh, ja. Deine Fahrt startet oben bei den Wasserfällen. Bewege dich mit Hilfe von L nach links oder rechts, um Münzen zu sammeln. Okay. Ganz einfach also. Drücke B, um gegen die Strömung anzuschwimmen. Ah, ja. Auf dem Weg wirst du Höhlen vorfinden, in die du hineinschlüpfen kannst. Was darin vorgeht? Keiner weiß es. Wünsche frohes Flussrutschen. Danke, Toadie. Woher auch immer du gekommen bist? Okay, das ist lustig. Stellt euch mal vor, in kniffligen Situationen im Leben wird das Leben kurz pausiert und irgendjemand kommt zu euch, wer auch immer das sein mag, und erklärt euch irgendetwas. Das wäre irgendwie auch echt praktisch. So, lasst uns durch diese Höhle gehen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Oh, wow, wie cool. Das ist cool. Okay, ob was hier nicht alles abgeht. So viele unterschiedliche Gegner, die wir da ja sehen konnten. Das ist wie so ein kleines Schauspiel, das wir beobachten dürfen. Und jetzt auf das Trampolin. Clowns Trampolin. Und dann geht's weiter. Oh, ich will mal nach links. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Weil da ist zumindest eine Froschmünze. Ein sogenannter Froschgroschen. Aber vielleicht zeigt mir das auch eher einen Weg, den ich nicht nehmen sollte. Ich werde da auf die falsche Fährte gelockt. Der Paracrupa gegen diesen Banditen. Boah, der Bandit, der ist lustig. Was macht der? Hey, der Paracrupa, der hat eine Blume. Was machen die denn da? Jetzt hat der Cheep Cheep die Blume. Eine Tomate mit einer Gabel. Bei dem gibt's heute Fisch. Und weiter geht's hier mit den zwei. Oh, danke. Habt ihr das gesehen? Der Paracrupa als auch der Bandit. Beide haben sich aufgeregt, weil die Blume im Wasser gelandet ist. Genauer gesagt, auf Mario. Ich hab also jetzt in dem Fall die Blume bekommen. Was für ein schöner und toller Humor. Wie lustig das Spiel ist. So, gibt es hier links auch was? Ne, ich dachte, da wäre so eine versteckte Höhle. Sehr verführerisch. Und zum Beispiel links gibt's auch eine Höhle. Die werde ich aber nie mehr erreichen können. Weil ich mich jetzt eben für diesen Pfad entschieden habe. Ich glaub, da gibt's noch viel mehr zu entdecken. Und man müsste diesen Wasserfall ein erneutes, ein weiteres Mal hinunterschwimmen. Oder sich einfach, ja, treiben lassen. Bis man dann ganz unten ist. So, komm, komm. Der Froschgroschen gehört mir. Ich wusste gar nicht, dass Mario so stark ist, dass er gegen die Strömung schwimmen kann. Das ist schon sehr beachtlich. Und jetzt, wieder ein lustiges Schauspiel für uns. Warum springt er denn auf dem Steinblock herum? Hey, du Bandit, sei vorsichtig. Ja, selbst schuld. Und jetzt? Der Arme, der tut mir irgendwie leid. Der wird wahrscheinlich eher böse sein. Also uns gegenüber. Aber hier in dem Fall? Das hätte nicht sein müssen. Die fiesen Steinbrücke. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da bin ich wieder. Nächste Flussfahrtphase. Das Fässerhüpfen. Anleitung gefährlich? Ja, besser wär's. Okay. Im Fässerhüpfen musst du den richtigen Moment zum Springen abpassen. Und dir unterwegs reichlich Münzen schnappen. Springe von einem Fass aufs nächste, ehe die beiden aufeinander prallen. Okay, das ist eine... Wow! Nicht schwer eigentlich. Verpasst du deine Chance, wechselt dein Fass stattdessen die Spur. Bereit? Dann kann's ja losgehen. Fragt er mich nicht, ob ich das nochmal hören möchte? Ach, bevor ich's vergesse. Über Fische sollst du drüber springen, denn sonst verlierst du Münzen. Sonst krieg ich die Option, dass ich mir Anleitungen mehrmals anhören kann. Wow, wow, Moment. Ich muss ja erstmal hier reinkommen. Und das ganze Spielprinzip verstehen. Na, das ist ja eine verrückte Sache. Wow, Fische. Okay, okay. Wow. Okay, das war Glück im Unglück. So war das nicht geplant, aber... Hat mir zumindest mal ein, zwei Münzen geschert. Hier hätte ich wechseln müssen. Ui. Und es wird immer schneller, oder? Achtung. Wow, nein. Oh, Glück gehabt. Bisher wurde ich noch von keinem Fisch getroffen. Boah, schon wieder. Nein! Boah, das war ja fies. Das war richtig fies platziert. So, okay. Nein, nein, nein. Da folgt mir einer. Ha. Da haben wir ihn wohl veräppelt. Und jetzt auf die andere Seite. Okay, okay, okay. Nein. Ui. Nein, nein. Oh Mann, aber der kommt so schnell. Das hab ich ja kaum bekommen sehen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich muss einfach besser spielen. So einfach ist das manchmal. Ui. Sind das Cheap Cheaps? Die sehen gar nicht aus wie Cheap Cheaps. Oh, weia. Ich glaub, ich war nicht so gut, oder? Oh, Entschuldigung. War das eine Gaudi, oder? Mal schauen, wie viele Münzen du so abgestaubt hast. Oh, oh. 43 Stück. Willst du vielleicht die Münzen, die du auf dem Fluss gesammelt hast, gegen Froschgroschen tauschen? Beim ersten Tausch gebe ich dir ein Froschgroschen für schlappe 60 Münzen. Super Sonderangebot. Froschgroschen sind besondere grüne Münzen. Frag mal am Quappenquell danach. Die erklären euch die Sache genauer. Mal sehen, wie viele Münzen du dir schon schnappen konntest. Ah, 43 Stück? Leider hast du nicht genug Münzen, um sie gegen irgendwas zu tauschen. Ich behalte sie für dich ein, ja? Komm jederzeit wieder und wage eine wilde Wasserfahrt. Krumpeterfahrt. Ach so, hier hätte ich etwas. Das habe ich gefunden. Nimm es nur. Hoffentlich bringt es dir Glück. Kupapanzer. Okay, dankeschön. Das könnte hilfreich sein. Und was ist das für ein Trampolin? Mit dieser Sprungfeder kannst du jederzeit erneut ein Flussfahrglück versuchen. 30 Münzen kostet der Spaß. Der Münzenrekord liegt bei 43 Stück. Vergiss nicht, dass ich momentan auch einen Münzenvorrat von 43 Stück für dich bereithalte. Oder einbehalte. Also, eine weitere Fahrt? Nö. Alles klar, vielleicht ein andermal, ja? Ja, wir müssen das Ganze nicht direkt noch ein weiteres Mal machen. Aber lustig ist es allemal. Und 30 Münzen geht bei über 400 Münzen bei mir gerade klar. So, Quappenquell. Wir haben es geschafft. Hier treffen wir irgendwo den Opa von Melo. Wo soll er denn sein? Opa Melo! Opa Melo, wo bist du? Hier ist ein Stad... Oh, was passiert jetzt? Uh, hallo. Hallöchen. Wie kann ich helfen? Melo, du bist... Alle wissen schon, was für tolle Taten du zusammen mit Mario vollbracht hast. Sogar Bellum habt ihr besiegt. Echt? Das habt ihr schon gehört? Du musst wissen, Mario. Die Strömung selbst trägt Neues aus der ganzen Welt hierher zum Quappenquell. Und genau darum weiß Opa alles. Und auch immer das Allerneuste. Man kann ihn immer fragen, was so anliegt. Wow, hey. Dann bist du wirklich Mario? Super, Mario? Freunde, kommt mal und schaut, wer da ist. Hey, cool. Hey, cool. Er ist es, ganz in echt. Schaut aber überhaupt nicht so aus, wie ich ihn mir immer so vorgestellt hatte. Es heißt ja, er könnte höher springen als jeder Frosch. Ob das wohl stimmt? Ja, ich zeig's euch mal, wenn ihr möchtet. Zack. Wow, wie cool. Schau an, schau an. Mein kleiner Hüpfer ist wieder da. Was hast du zu berichten, Mellow? Hä, wer ist das? Opa! Hallo! Schon gehört? Ich hab Mario getroffen und Mario hat mir geholfen. Hm, selbstverständlich hörte ich das bereits. Und Mellow, das Regenwetter vorhin. Das war's doch gewiss du, oder? Nee, autsch. Nicht wackeln. Halt mich ruhig und stabil. Ja, Mann. Schwerelos und anmutig. Wie besprochene. Okay, ich komm jetzt. Ein Opa-Frosch. Hallo. Sei willkommen. Du bist also Mario. Ich bin der große, weise Quack. Und du bist hier, um am Fundus meines Wissens teilzuhaben. Habe ich nicht recht? Ich habe dich bereits erwartet. Ja, das Alter weiß oft Weisenrat. Das ist wahr. Hm. Ah. Bisschen runter. Nicht so arg. Doch wo sind nur meine Manieren? Lass uns nicht an der Türschwelle sprechen. Komm. Sei unser Gast. Und ab. Rückwärtsgang. Presto. Ja, gut. Nicht so schnell. Oh. Okay. Quäppchen. Sag dich mühsig. Bilde deine Brücke für Mario, ja? Ja, machen wir. Oh, wie cool. Okay. Was werden wir hier in Erfahrung bringen? Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tipp mal auf dieses Video. Da spielen Mario und Luigi mit Pokémon Garden. Müsst ihr gesehen haben. Bleibt katztastisch. Määh. Und jetzt bin weischen. Säkchen auch. Let quieres ge Kickstarter.